Er muss direkt weiter und macht seinen dritten Sprung. Das war gerade der Wiederholungssprung von vorhin, als die Geschwindigkeit nicht passte. Er will es doch noch mal wissen, denn gerade vor dem Start sagte er noch, er wird wahrscheinlich nur einen Sprung machen, wenn es passt. Da war er wohl noch nicht zufrieden. Das war er. Ein Riesensatz, halt den fest, komm an dieser Insel vorbei. Super Thomas. Und ein Riesenapplaus für den Thomas Bauer bitte, den Sieger im Schantenspringen 1997 hier am Inselsee im Allgäu.